Musik 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 Was für ein herrlicher Tag Zeit zur Arbeit zu gehen Hallo Rogi Hallo Tayo Guten Morgen Lenny Guten Morgen Tayo Ich hab's eilig Oh, Straßenarbeiten Ich nehm einen anderen Weg Was ist denn los? Auch das noch Ein Stau Hier ist doch eine Ampel Warum fährt denn niemand? Was ist denn los? Die Ampel scheint kaputt zu sein Hätte ich einen Schraubenzieher, könnte ich sie reparieren Ich hol schnell einen Rogi braucht einen Schraubenzieher Das ist ein Hammer Das ist ein Schraubenschlüssel Das ist eine Zange Das ist ein Schraubenzieher Hier bitte Rogi Danke Danke Mal sehen Sie funktioniert immer noch nicht richtig Wir müssen den Anschluss kontrollieren Oh, hier ist ein Kabel Hm, das ist der Computer, der für die Ampelschaltungen verantwortlich ist Das Kabel läuft hier entlang In diesen Kasten Jetzt ist mir alles klar Das Kabel ist falsch eingesteckt Das Kabel muss hier eingesteckt werden Jetzt funktioniert die Ampel sicher wieder richtig Na prima Der Stau hat sich aufgelöst Grün Ich darf weiterfahren Das ist ein Autotransporter Er kann Fahrzeuge transportieren Unser Autotransporter hat zwei Plattformen Eine obere und eine untere Über diese Rampe Können die Autos auf die Plattformen fahren Hallo blauer Bus Möchtest du mitfahren? Los geht's Der Autotransporter bringt die Busse zur neuen Autobahn Die könnt ihr gleich mal ausprobieren Oh, hier beginnt die Busse zurück Der Abschleppwagen wird uns helfen. Er ist orange. Er hat eine Plattform und einen Kranarm. Die Fahrerkabine hat zwei Türen. Gehen wir. Die Fahrerkabine hat zwei Türen. Der Abschleppwagen bringt den Bus in die Werkstatt. Die Straßenarbeiten müssen beendet werden. Das ist eine Straßenwalze. Sie hat zwei Zylinder. Hier sitzt der Fahrer. Diese Zylinder sind sehr schwer. Die Straßenwalze ebnet den Boden. Die Schleppwagen hat zwei Türen. 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 Fertig! Das ist ein Lastwagen. Er hat ein Schild, eine Warnleuchte und einen großen Ladekasten. Der Laster schiebt den überschüssigen Sand zur Seite. Und wäscht die Straße. Die Straßenarbeiten sind abgeschlossen. Der blaue Bus kann auf der neuen Straße fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017